Ich habe wirklich schon die Weltkirche erlebt, alle Kontinente, die eine unter den Volunteers, die mich am Flughafen schon empfangen haben, stammt aus Neuseeland. Dann sehr viele Afrikaner, man hört viel Französisch, auch die Deutschen sind nicht schlecht vertreten, freue ich mich. Und das ist allein schon mal Erfahrung von Weltkirche, aber man hört viel auch geistliche Gesänge, auch andere Gesänge. Aber es ist eine sehr, sehr gute Stimmung. Wir hoffen, dass das Wetter aushält. Es ist ziemlich schwül, aber jetzt freue ich mich auf die Vesper und das gemeinsame Singen und Beten.